10 erstaunliche Fakten über Sanddorn Sanddorn ist eine fruchttragende Pflanze, die in küstennahen Gebieten wächst und für ihre hellorangefarbenen Beeren bekannt ist. Die Beeren des Sanddorns sind reich an Vitamin C, Antioxidantien und Omega-7-Fettsäuren, die zur Förderung der Gesundheit beitragen können. Sanddorn wird in der traditionellen Medizin vieler Kulturen zur Unterstützung des Immunsystems und zur Hautpflege eingesetzt. Die Beeren des Sanddorns können roh gegessen werden, werden aber auch zur Herstellung von Säften, Ölen und Tees verwendet. Sanddornöl wird in der Kosmetikindustrie verwendet und kann dazu beitragen, die Haut zu beruhigen und mit Feuchtigkeit zu versorgen. Sanddorn ist anspruchslos und kann in sandigen oder kargen Böden gedeihen, was ihn für den Anbau in verschiedenen Regionen geeignet macht. In einigen Kulturen wird Sanddorn als Heilpflanze zur Unterstützung der Verdauung und zur Linderung von Entzündungen eingesetzt. Sanddornbeeren haben einen sauren und leicht bitteren Geschmack, der in verschiedenen kulinarischen Gerichten verwendet werden kann. Sanddornpflanzen spielen eine wichtige Rolle bei der Küstenerosionskontrolle, da ihre Wurzeln den Boden festhalten können. In einigen Ländern wird Sanddorn als traditionelles Lebensmittel geschätzt und in Desserts, Getränken und Gerichten verwendet.